Ich kriege keine Anruhe. Wir stehen sofort in dieser Vollsperrung drin. Die zweite Spur fällt auch weg. Die zweite Spur fällt auch weg. Wir können es aber nicht runterladen. Die zweite Spur fällt auch weg. Die zweite Spur fällt auch weg. Die zweite Spur fällt auch weg. Da haben wir gleich den ganzen Rastplatz belegt. Wahnsinn! Das ist mir egal. Kann ich nichts für. Ich würde mal sagen, wir bleiben ja ganz links stehen. Mach dir mal die Pfeile an, dass die rechts rüber fahren sollen. Dann heißt Zusatz B frei. Ich werde mal mit denen da vorne versuchen, wenn das jetzt geht, auszusteigen und schnell hinzulaufen und zu quatschen mit denen. Wir können nichts anderes machen. Das ist sowieso schon alles gesperrt hier. Ja. 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 Ich sehe jetzt gerade schon drei Schilderwagen, also mir bleibt nichts anderes übrig. Ich stelle mich jetzt direkt vor dir und gehe zu denen und quatsch mit denen, dass wir dort durchfahren können. Ja. Ja. Ciao. 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 Bis dahin. Bis dahin. Das ist Consideration und Sprache. iciosa. eagerly Ceatney значит. Also erlegen wir nicht rein. Nein, wir kommen nicht durch. Die nehmen ohne Lohnen weg und fahren wir jetzt gleich rein. Aber durch kommen wir einfach nicht, wenn wir mal zumachen könnten. Ja, jetzt müsste es so dunkel sein wollen. Ja, dann ist es so. Ich stehe da schon mehr jetzt. Oh, zwei. Ja, da kommt noch eine Ruppe mehr. So, wir gehen erstmal noch ein bisschen mit dem Fern und so. Wenn jemand die Pause wieder raus geht gleich weiter. Ja, da kommt er. Katja! Bist du da? Ja, son, live dead. Gut, danke. Sagt hallo, ich bin die Katja und lese Jason eure Nachrichten vor. Katja? Wir haben jetzt gerade einen Sonderspezialauftrag gekriegt, die Polizei. Wir haben jetzt kurz warten bis die Polizei da ist. Die Polizei guckt jetzt nach, ob alles läuft. Ähm. Gute fünf Meter. Bis die Polizei da ist. Die gibt uns das Startgo. Die kommen schon mit die Hörschel. Die kommen jetzt gleich. Gleich sind sie da. Ja. Ja, ich komme. Was ist, was ist, was ist? Oh, das ist heute reif. Sagt, kein geht nicht. Na, fängt kein Geld gelacht. Was ist, sagt, okay geht nun wieder. Ja, 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 ja. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Wenn das nicht klingt, so ist das ein bisschen verkehrt. Das ist 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 ein bisschen verkehrt. Das hat die Reste an der Polizei schon wach gemacht. Das ist ein bisschen verkehrt. Das ist ein bisschen verkehrt. Das ist ein bisschen verkehrt. Und alle, die nicht mehr da sind, die verpassen jetzt was. Irgendwie schon. Das ist ein bisschen verkehrt. Das war ja klar, dass die im Weg stehen müssen. Das ist ein bisschen verkehrt. 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 Jetzt halt mal ganz links drüber hängen. Da haben die hier recht genug Platz. Kevin, wenn du mich hören kannst, mach links die Tafel rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.